Das ist verdammt nicht gut, das ist verdammt gar nicht gut. Ja, stopp sie, ich bin auch runtergefahren, was soll ich denn machen? Kommt her, ihr Schweinepriester, herpisst dich. Und du dich auch. Machen Abgang. Matamia. Okay. Geht weg. Halt die Schnauze. Zack, zack. Zack. Arschloch. Geh weg. Verpiss dich. Und du brauchst dich gar nicht mit dem Bogen herum zum Gurken, weil du bist nicht Robin Hood. Also, machen Abgang. Ja, flieg rein, halt, wie wär's? Komm. Nein, nicht ich. Ach. So, einfach hier rüber, schätze ich mal. Ich weiß es nicht, ich hoff's. Doch, ich bin richtig, weil hier oben ist ein Ding. Und du schießt immer noch mal. Und Borgenschütze. Ja, ich weiß es doch. Ey, du Schwanz. Verpiss dich, Alter. Machen Abgang. Okay, ich will aber ganz gerne da blühen, denn hier, komm schon. Okay, perfekt. Alter. Haben wir's jetzt hier, noch einer. Ich kann kotzen. Leute, ich sehe ihn, keine Sorge. Ach, halt die Schnauze und stirb und flieg runter. Danke. Okay. So. Doe, noch einer. Was? Bam. Nicht schon wieder ins Wasser, Ezio, du bist ein Spacko. Okay. Ich hoffe, wir haben's bald. Ich hoffe es so sehr. Komm schon. Wo, wo, wo guckt ihr hin? Leute. Ist das bescheuert? Wo, was macht ihr? Da war doch vorher gerade ein Arzt. Wo, wo, wo. Jungs und Mädels, was ist los? Wo, wo wollt ihr hin? Hinten war ein Arzt, aber irgendwie ist er nicht gut genug für euch, oder was? Ach doch, hier. Hier. Ah, Gott sei Dank. Endlich. Boah. Hier ist einer tot. Super. Ganz toll. Er ist tot, Idiota. Beten kannst du später. Aufgrund, jemand. Ich muss zu... Ich muss zu einem Tor, ja. Vorsicht. Lass mich das machen. Geht und sucht einen Tor. Geh, Sasoro, du, was er sagt. Jetzt geben mir schon die neuen, die befehlen. Ja, verpiss dich und such den Mediziner-Kollege. Hey, hey, aufwachen. Boah, ey, haben wir es jetzt bald mit der Mission. Wir brauchen Hilfe. Wo ist Antonio? Macht euch nützlich. Schafft Platz für sie. Legt sie dort ab. Okay. Hilfe ist auf dem Weg. Hilfe ist auf dem Weg. Rosa, was ist passiert? Hol ihn doch das Ding da raus. Bald, bald. Sehen wir uns das jetzt an. Sauber ein- und ausgedrungen. Das ist gut. Hol ihn raus. Rosa, wir müssen aufpassen. Was macht's? Wie du willst. Sag nichts. Tut mir leid, Piccola. Schieße dein Mitleid in den Hintern. Okay, hol Bianca, mach schnell. Ihr müsst mir helfen. Wie? Nehmt ein sauberes Tool. Ja, okay. Wenn ich die Hand wegnehme, drückt den Stoff in die Wunde. Seid ihr bereit? Nee. Jetzt. Ja. Oh, Caputana. Mein Vater, ihr arbeitet gut unter Druck. Sie hat Temperament, die Kleine. Avanti. Bringt sie hinein, damit Bianca die Wunde schließen kann. Das wird wieder. Das Schlimmste ist vorüber. Ich wünsche dir Pest, du Bastard. Dir und deine dreckigen Humor von Mutter. Danke. Rosa ist mir sehr wichtig. Wille ich sie verlieren? Ich hatte immer eine Schwäche für Frauen in Not. So sagt man. Tut nicht so überrascht. Wir wissen alles über euch, Serencio. Über eure Arbeit in Florenz und in der Toskana. Gute Arbeit, wenn auch etwas ungeschüttet. Dann wisst ihr, warum ich ihn gerede. Ich ahne es. Wenn ihr eine Minute habt, kommt in mein Büro. Wir haben etwas zu besprechen. Okay, alter Vater. Gut, ich würde sagen, wir machen gleich die nächste Mission, was sollt's. Ähm. Avanti. Yes. Prego. Kann ich euch etwas anbieten? Biscotti. Un Kaffee. Was ist Kaffee? Ein interessantes Gebräu, das ich von einem türkischen Händler habe. Hier. Kostet doch mal. Etwas bitter, wenn ihr mich fragt. Irgendwas fehlt da noch. Ich weiß nicht, habt ihr es mal mit Zucker probiert? Oder Milch? Ich schätze, es ist eher etwas für Kämmer. Aber genug davon. Wo waren die? Der Fehrschlag am Palazzo wirft uns zurück. Davon müssen wir uns erst erholen. Sicher wird Emilio die Zeit nutzen, seine Verteidigung zu stärken. Und die Unterdrückung des Bezirks fortsetzen. Wir haben nicht dieselben Motive, aber wir haben dasselbe Ziel. Sammeln wir unsere Kräfte und versuchen es erneut. Übereierte Taten bringen nur weitere Verluste. Nein, wir müssen abwarten und neue Pläne schieben. Ich kann nicht unsäglich herumsitzen und warten. Nun, das müsst ihr nicht. Arbeitet mit uns. Meine Männer rappeln sich bereits wieder auf. Geht zu ihnen. Sie werden euch beschäftigen. Je eher ihr ihnen helft, desto eher können wir zuschlagen. Für was sind zuschlagen? Also ich halte doch noch immer nicht, was ist denn jetzt? Zwei Missionen, aha. Drei Missionen. Okay, äh... Ach du Scheiße, wir müssen, wir müssen, wir müssen zuwider zurück. Es hat keinen Wert. Wir müssen zurück zu Villa. Das heißt, wir, äh... hängen mal die Steckbriefe ab und dann ab zu Villa. Auf jeden Fall. Okay, äh, hier ist gleich ein Steckbrief. Darf ich mal? Okay. Wo kann man sowas lernen? Äh, nirgends. Das ist, das ist, äh, geboren, weißt du? Man will, ich bin geboren, also Sine zu sein, ganz klar. So. Hab ich mal, okay? Okay. Äh, hä? Alter Ding. Bin ich jetzt blind oder so? Ja, ich glaube, ich bin blind. Ne, hier oben scheinlich, oder? Oder? Ja. Sehr gut, anonym sind wir wieder. Perfekt. Können wir irgendwann einen Todesprung machen? Das wäre perfekt hier. Aber nö. Komm schon. Komm schon. Sehr schön. Okay, ähm, ich würde ganz gerne was buchen, und zwar, ich will zurück in die Villa. Genau. Genau. Danke. Ein Traum. Das ist noch immer Florina, also so ein Post. Sehr gut, so. Verstecke werden im Kampf so bleibende, auch weniger dargestellt. Ich weiß. Und ich weiß. Obwohl mich jetzt eigentlich nicht mehr so offenstecken muss, also... Pff. La 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 la. Na 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 na. So. Jetzt erstmal hier das ganze Geld holen wir da mal. Ne Quatsch. Zuerst... Zuerst... Kaufe... Äh... Zuerst heile ich mich. Äh, kann ich mich nicht heilen, okay. Zuerst kaufe ich die zwei Dinge nochmal. Sehr gut. Und dann repariere ich meine Rüstung. Und dann hol ich jetzt mein ganzes Geld und dann... Power ich... Das ganze Ding hier auf einfach, weil ich glaub, wir brauchen eigentlich nur noch 6 Minuten oder so. Damit hier der ganze Ding hier, der ganze Villa oder was auch immer voll aufgepowert ist. Was will der? So. Okay. So, jetzt hier. Lauf. Lauf um dein Leben. Obwohl es... Wir haben es ja nicht eigentlich, also... Ist egal. So, ich geh wahrscheinlich wieder falsch, wie ich mich kenn. Das heißt... Na, 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 komm. Ja, ich alter, ich bin mal richtig, ja, was ist los? Geiles Ding. So. Äh. Einkämpfst du nehmen? Genau. Ach, sehr schön. Sehr schön. So. Ja, ich würde ganz gerne das letzte Ding kaufen. Ist doch der letzte Ding, oder? Der Schmied. Ja. Das war's. Perfekt. Bam. So, Gebäude, renoviert, Schmied. Alles klar, alles, finish. Mehr war ich nicht. Okay. Das war's. So, da kann ich für das ein Trophy auch oder so. Wäre nett. So, wie sieht's denn aus jetzt? Salute Claudia. Willst du das Buch sehen? Ja. Äh. Pfff. Geschäft. Tut, 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 tut. 20 Minuten, oder wir uns 20 Minuten. Ähm, mäh, mäh. Jo. Jo. Ja, und das hat halt der Sammlung Scheiße hier. Modelle 1 von 2, was? Porträts von Ezio's Zielen, what? Alle Codex halt an der Wand, alle Fäder in der Kiste, ja, träum weiter, da will ich niemanden. Nie schaffen Waffen. 3 von 22? LOL. Bladerrüstung, okay, das ist ein Metall. Misag... Watt? Misaglias Rüstung, okay. Alter, Ezio's, die will ich hier auch noch, alle Waffen haben, okay. Ja, Geld nehmen, ist ich nichts drin. Genau, okay, passt. Bis bald, äh, Claudia. Also, mit anderen Worten, haben wir die Stadt komplett aufgepowert, renoviert, was weiß ich. Sehr schön. Das heißt, das ganze Geld, was wir jetzt noch haben, das werden wir jetzt nur für die Sachen ausgeben, was wir noch brauchen, ganz klar. Das heißt, schauen wir mal nochmal vorbei hier, ob es irgendwas jetzt besser geht, weil der Schmied ist jetzt hier auch nochmal aufgepowert. Also, vielleicht hat er noch irgendwas Besseres. Aha, was sag ich? Was sag ich? Haha, kann doch mal sehen. Okay, aber auf jeden. Die drei Sachen kaufen wir gleich, ganz klar. Ach, verdammte Kacke, das kostet verdammt viel. Heilige Kacke. Warte mal, das ist Brust und das ist Metall. Äh, das ist Brust und das ist Schulter. Zuerst mal die Stiefel. Die kostet am wenigsten. Und jetzt, 14.000, 10.000. Heilige Kacke. Egal. Nehmen wir. Ich will sowas von ausgesetzt sein, ohne Ende. Ach, Mist. Naja, egal. Okay. Das sieht doch nicht schlecht aus. Also, so, ja, das ist schlechter. Ach, du Scheiße. Meilen, der Schwert. Das ist besser. Das ist viel besser. Okay. Ne, 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 ne. Also, Meilen, der Schwert ist ja jetzt noch die Wahl der Wahl. Nehme ich. Nehme ich einfach. Kackenfrech. Ja, Mann. Oh, geiles Ding. Die sind aufgepowert. Geiles Ding. Das Ding. Ach, du Scheiße. Was ist denn das? Metallanat. Äh, was? Kestus. Was bringt mir das? Schaden. Tempo. Oh. Schutz. Was? Schutz ist weniger. Was? Mich verarschen. Okay, aber es sieht aber geil aus. Also, eigentlich. Oha. Wie kostet das? Pff. Ach, weißt du was? Leck mich. Zack. Er ist ja mal voll krank. Geil. So, und wie? Ja, mach mir die noch komplett vor. Alles klar, wir haben jetzt noch tausend.